Hallo, ich würde gerne einchecken. Mit dem Kackgesicht. Wie bitte? Ich sagte, wackel nicht. Was macht das für einen Sinn? Gar keinen. Ihr Zimmer ist gleich hier im Erdgeschoss. Oh, ähm, haben Sie vielleicht auch was weiter oben mit Ausblick? Nein, für Sie besser nicht. Wie meinen Sie das? Ich verstehe das nicht. Naja, weil Sie so unglaublich hässlich sind. Was haben Sie gerade zu mir gesagt? Und dumm auch. Ich wette, Sie sind sehr traurig deswegen. Was zum... Nicht, dass wenn Sie so weit oben sind, aus Versehen in den Spiegel schauen und dann auf einmal... Das wollen wir nicht. Das mache ich nicht. Ja. Schauen Sie mal. Sie können doch nicht einfach ein Bild von mir sch... Wenn ich das sehe, habe ich Lust, 6 Liter Klorreiniger zu echsen. Was stimmt mit Ihnen nicht? Komm, gehen Sie auf Ihr Zimmer, bevor uns jemand zusammen sieht. Bringen Sie mich wenigstens hin? Nein. Lieber ersticke ich an meiner Kotze. Ich werde mich auf jeden Fall beschweren. Hau schon ab, du Huren.